. . . . . . . . Heeeeeeeee! Ich bin Musikerin, eine Leidenschaftliche und Argaemacherin. Auch wenn man meinem Dialekt ziemlich deutlich gehört, dass ich eigentlich eine Walliserin bin. Es hat mich vor längerer Zeit von der Stadt aufs Land gezogen. Hier bin ich, hier lebe ich und arbeite. Und wenn ich zwischendrin eine Pause brauche, dann sieht man mich hier, am Hallweilersee. Und das bei jedem Wetter. Seetal, das ist träumhaft. Aber Sie zieht mich in die Stadt. Und dann bin ich relativ schnell in Basel, Bären oder Zürich. Heim ins Wallis? Ja, da geh ich auch. Aber dieser Teuer und diese Reise meistens ein bisschen länger. Ja, jäh, 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 jäh. Jäh-jäh! Möw! Amen.